Wen nervt es eigentlich auch, dass wenn man vor dem Zahnarzt gehen, also immer wenn man zum Zahnarzt gehen muss, dass man davor immer Zähne putzen muss? Na gut, dass die Zähne sauber sind, das verstehe ich ja, aber ey, es nervt einfach, weil man dann nicht so viel Zeit zum Zocken hat, bevor man losgeht und auch nicht so viel Zeit zum Chillen. Aber gut, was werden wir machen, ne? Irgendwie möchte ich ja einen guten Eindruck hinterlassen.